Boah, wo ist denn jetzt der Creeper von vorhin? Ich hab jetzt keinen Bock hier hoch zu jagen. Ja, das liegt ja auch nicht am Server. Ja, wer weiß. Also meistens liegt das nicht am Server. Gibt ja auch Plugins, die können dir den Client crashen. Der ist ja auch nur vom Server. Nee, glaub nicht. Sowas, das hab ich noch nie gehört. Was sind Mods? Weiß ich auch nicht. Ich dachte nur, du hättest sowas. Nee, nee. Das hier ist Vanilla Minecraft. Achso. Ich hab schon wieder Zink gefunden. Was will ich denn mit Zink? Das brauchen wir. Wie heißt das denn auf Englisch? Zink. Was? Auf Englisch, nicht auf Deutsch. Achso. Ich dachte mit K. Nein. Ich weiß jetzt nur sowas ist mit ihm. Tja. Oh, da unten ist Lava. Soll ich mal die Diamanten da reinschmeißen? Naja. Klingt gut, oder? Finde ich jetzt nicht. Ich eigentlich schon. Ich mag die Vorstellung, die Diamanten da reinzuschmeißen. Ich aber nicht. Was ist denn da oben? Da oben ist noch mehr Eisen. Oh, scheiße. Das Skelett hat ein Aimbot, Alter. Report. Hacks. Hacks. Immer diese Skelette, die hacken, ey. So, ich muss mir gleich mal kurz noch eine Spitzhacke machen gehen. Ich hab mir drei mitgenommen. Ich hatte mir vorhin sechs und eine Eisenspitzhacke mitgenommen. Also sechs Eis, äh, äh, was? Sechs Eisen. Sechs Steinspitzhacken und eine Eisen. Wusste ich doch, dass du hier die ganzen Eisen verschwendest für Spitzhacken. Ich hab ein Diamant gefunden. Dein ersten? Ja. Mal gucken, wie viele es sind. Stimmt so, 0,5. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Geh mal aus Gm1 raus. Fünf. Ich hab fünf Dinger gefunden. Du wirfst dir gerade so die ganze Zeit Diamanten zu. Fünf, sechs, sieben. Alles auf Aufnahme. 64, 128. 256. Easy. Ich bring mal ein paar Diamanten mit. Das Farmen von heute. Mist, ich hab keinen Eimer dabei. Sonst hätte ich die Lava gerne mitgenommen. Jetzt muss ich die Leiter zubauen, ey. So war das nicht geplant. Und zwar so. Ja, Lava wäre. Lava wäre keine. Okay. Dann halt nicht. Du sollst keine Scheiße lavern. Das war. Redstonius. Boah, noch mehr Lava, ey. Ob ich mich jetzt hier in Skelett oder so reinschießen würde, war. Ich glaube, ich würde Rage quitten. Da hinten sind Diamanten. Das ist gut. Erstmal einen Weg durch die Lava bauen. Da darfst du aber nicht, ne? Die Lava ist experimentell, damit du da nicht hinkommst. Genau. Erstmal einen Zeichen darf, hat du da nicht ein darfst. Naja, das war nur Silber. Ich hab mich die Lava verarscht. Lustig Lava. It's the prank. Du musst auch lachen, damit die Lava denkt, sie hat's gut gemacht. It's just a prank. Ha 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 ha. Ha. Witzig. Immer diese witzige Lava, ey. Bocklich was zu essen. Ich hab die Äpfel schon mitgenommen. Weißt du, dass ich muss verhungern? Ja. Außerum ist das Weed schon gewachsen, dann kannst du dir natürlich Brot machen. Das Weed, das kann man aber nicht essen. Kannst du nur rauchen. Ja. Dann hast du auch keinen Hunger mehr. Boah, kriegst du auch voll Hunger. Ja, ich weiß. Aber trotzdem. Dann hast du zumindest was im Magen. Ein bisschen Weed. Vielleicht kommt dann Snoop Dogg und bringt dir dann was mit. Ah, ich hab's doch gerochen. Hier, das Weed. Der bringt dir dann Burger mit. Boah, ey. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, den ganzen Tag zu kiffen, ey. Ich auch nicht. Vor allem der Geruch alleine nur, ey. Riechst du ja immer bei uns an der Schule. Fast sehr dickal. Aber trotzdem, das stinkt so mega. Lol. Hast du dich hier hochgegraben? Ne, lol. Ich bin wieder am Ausgangspunkt. Voll. Zigaretten-Crime stinkt schon so hart, aber das ist noch schlimmer. Klar. Trotzdem, ey. Außerdem ist das noch viel zu teuer, ey. Aber wie wart noch mal 60 Euro für? Für 10 Gramm oder so. Aus Insider-Quellen haben wir das. Ja. Insider-Wissen haben wir. Boah, wo ist denn jetzt der Creeper von vorhin? Ich hab jetzt keinen Bock, hier hoch zu jagen. Ja. Perfekt. Ich hab keinen Bock, hier jetzt hier hoch zu jagen. Hochgejagt zu werden. Also ich find's eigentlich schon ganz nice, diese Vorstellung. Ich nicht. Ich eigentlich nicht. Oh, schade, meine erste Iron Pickaxe ist gleich kaputt. Meine auch. Und kaputt. Und die nächste wird eingesetzt. Ich muss jetzt erstmal zurücklaufen. Und dann hoch. So, Creeper. Ich will dich jetzt sehen. Ich leg dich jetzt. Creeper war slain by Okin LP. Wo kommt die Meldung, hä? Wo kommt jetzt die Meldung, dass ich den gesla... Nein, nein, ist er! Oh, da ist ein Skelett bei mir im Gang. Der kommt aus dem Nichts, Alter. Was soll ich jetzt gegen Skelett machen, Alter? Gegen Skelett mach ich ja gar nichts. Hast du noch eine Spitzhacke oder ein Schwert? Ich hab ne Axt. Nice. Warte, eine Spitzhacke hab ich. Ey, eine Spitzhacke macht ein bisschen mehr Mensch als ne Axt, glaub ich. Ups. Ich weiß zwar nicht, wurde gespott. Schon gut, ich weiß wo. Alles klar. Immer schnell das Wasser wegmachen. So. Ab nach oben. Ich hab selber nichts mehr zu essen, hä. Und hier ist noch so viel. Ich könnte Zombie-Fleisch essen. Hast du die Ho mitgenommen oder ist die in der Kiste? Die wat? Die Ho. Die Beatsch? Die ist unten. Äh, die ist oben. Die ist unten. Ah, oben. Ja. Das überlegt die sich mir mal. Das überlegt die Ho, die ist oben oder unten liegen will. Hm. Hier in den Wänden ist nichts. Nichts Interessantes. Alter, hier ist ne Schlucht, wo ich bin. Ist auch gut, wahr? Kann man machen, ne? Hier ist sauviel Eisen. So. Eisen. Ich hab schon ein Stack Eisen, wahr? Hört sich gut an. Hm. Ich baue mich mal hoch. Wo bin ich denn jetzt hingepackt? Ah, hier. Zack. Dann nehmen wir hier mal die Dinge ins Auseinander. Die Schlucht. Darüber. Noch ein bisschen Zink. So, ich hab da Feld mal ein bisschen vergrößert, auch wenn ich keine Seeds habe. Ah. Auch scheiße, ich werde von irgendwo angegriffen gerade. So, das brauche ich jetzt. Ähm. Erstmal brauche ich das. Dann. Brauche ich das. Perfekt. Alter, ich hab keinen Plan mehr, wo ich bin, wahr? Ich bin irgendwo am Arsch der Welt gerade. Das ist immer gut. Alter, diese Skelette mit ihrem Aimboard, wahr? Welche Ebene bin ich denn? Hm, 27. Ich bin 12 Ebenen hochgegangen. Ne, mehr. Trotzdem. Noch 6 Fackeln. Ich guck nach den Gang hier. Nimm das Eisen mit. Perfekt. Nö, nicht perfekt. Doch, eigentlich schon. Das Zombie-Fleisch kann eigentlich weg. Ich ziehe mir den Creeper-Helm auf. Dass alle wissen, dass ich der Creeper-Slayer bin. Haben die Angst vor dir? Nö, dann kommen die erst recht. Haben wir ja gerade gesehen. Ich wollte fighten und dann kommt der Creeper nicht und auf einmal aus dem Nichts fängt er an sich hoch zu jagen, ey. Richtiger Märtyrer, ey. Wie, dein Auto ist ein Märtyrer? Ja, ja. Oh, ein Altenwitz gebracht. Der war eigentlich schlecht, ey. Obwohl, das eigentlich auch stimmt. Wie, das stimmt? Ja, mein Auto ist gerne ein Märtyrer. Der ist die. Und hat so viel Benzin-Intus, dass der auch Leute umbringen kann. Alles mit mir. Ich glaube, mein Auto ist abhängig. Das ist süchtig nach Benzin. Ja. Scheiß, mein Auto auch. Meinst du, da gibt es auch so ein Treffen wie für Alkoholiker? Alkoholiker. Auf jeden Fall. Die anonymen Benzinholiker. Ja, hallo, mein Name ist Reno Clio und ich bin Benzin... Alter. Okay. Sorry. Was ist mit dir? Nee, ey. Kann man nicht bringen. Na gut, dass du selbst einsiehst. Ja. Leider. Was ist das denn? Pendlanditor. Oh, scheiße. Ich habe Schaden bekommen und ich regeneriere auch nicht mehr. Das heißt, ich werde so oder so hier unten sterben. Bitte nicht. Das wird schlecht, wenn ich sterbe. Also aufpassen. Ich müsste hier jetzt auch erstmal rausfinden. Was halt geile ist, ich konnte sogar Spotify hören bei dem Aufnehmen, weil der Spotify nicht mit aufnimmt den Ton davon. Ja. Du hast jetzt Open Broadcast, das normale, ne? Ja, aber das Tuttle, da nimmt der auch nicht mit auf. Ja, war ja gesehen, dann nimmt nicht mal deine Tonspur auf. Doch, nachher schon, aber der Premiere erkennt die nicht. Die Tonspur. Ah, okay. Es ist Nacht, ja. Also die Tonspur von LOL hat der nicht von mir, nur von dir. Hm. Und ich muss hier erstmal rausfinden. Ich glaube, ich finde den Weg nicht mehr zurück, wa? Weil hier noch so viel Erz ist. Ohne Spaß, hier ist gerade so viel Kohle. Hier da. Ich finde die auch die ganze Zeit Kohle. Oh, ich fahre gerade nur noch Eisen. Das blöde jetzt nicht mangelnd. Kohle mangelt's nie. Doch, früher schon. Im Vanilla-Maincraft. Vanilla. Alter, ich bring mich heute einfach um, ne?